hallo ihr lieben und willkommen zu einem neuen video ja ich bin so ein bisschen luftig es ist aber auch mega warm leider nicht normal warm sondern schwül warm und deswegen sind meine haare jetzt erstmal zu einem dutt ist halt nicht wegen der optik einfach nur weil es angenehmer ist bei dem wetter es ist zu warm habe ich schon gesagt glaube ich aber darum geht es natürlich nicht ich habe und darüber freue ich mich mega heute wieder ein kleines unboxing für euch und zwar von myst of asia durfte ich mir wieder ein bild aussuchen ich bin mega happy ich bin schon mega begeistert wie es im original aussieht und freue mich natürlich mega darauf euch es auch zeigen zu können und zeigen zu dürfen ich habe auch noch einen rabattcode wisst ihr ich sage ihnen nachher zum ende des videos und schreibe natürlich auch unten in die video beschreibung ja und jetzt werde ich euch mal wieder umstellen damit ihr besser beim unboxing zukommen könnt ich wünsche euch viel spaß bis gleich so jetzt seid ihr an dem anderen stativ ja ihr seht richtig da ist das paket ich habe das nicht von der folie befreit mache ich aber sofort weil ich immer gerne auch zeige wie es denn verpackt kommt die von myst of asia die kommen in einem karton zusätzlich umhüllt von einer folie und mich stört das hier nicht es gibt ja leute die sagen die außenverpackung wenn die so verdellt ist da mache ich mir gar kein kopf drüber mir ist nur wichtig dass der inhalt stimmt und diese kartons sind ja auch dafür da ihr dürft nicht vergessen sie kommen aus übersee haben eine längere strecke mit flugzeug etc hinter sich zum größten teil und dann bleibt sowas nicht aus dass halt kartons auch so ein bisschen mit leiden es ist die umverpackung wichtig ist dass der inhalt heile ist und alles andere ist nur karton das ist bei mir wirklich so also mich stört das überhaupt nicht ja hier ist auch ein aufkleber drauf eine achtung zerbrechlich aber wie gesagt im eifer des gefechts und wie gesagt das kommt halt auch per flugzeug und wird von einem flugzeug zum nächsten transportiert und 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 dann erlebt ein karton was und dieser karton hat was erlebt aber ich packe euch mit euch jetzt zusammen die folie aus und dann zeige ich euch natürlich den inhalt und der ist der wichtige und nicht nur der karton kattermesser habe ich am start diesmal das richtige wobei ja gut richtig ich habe auch noch ein anderes kann ich euch mal zeigen hier habe ich eine spezielle kattermesser einmal das wo die spitze ausguckt und einmal das wo die spitze falsch abgebrochen ist also ist egal welches ich nehme sind beide speziell hauptsache sie schneiden und machen das paket auf so dann machen wir das mal eben auf ich gucke mal gerade wo ich das am besten öffne weil die das sehr gut verklebt haben so die umverpackung ist ab die folie das haben sie wirklich sehr gut eingepackt und das ist hier der karton ein bisschen höher und zwar ich finde den karton eigentlich sehr schön weil einmal steht hier drauf was hier in diesem paket drin ist nur diamant malerei an steine pick up stift pinzette qualitätswachs schütteltablett also schiffchen grifftasche und handbuch ist hier drin wie gesagt die umverpackung ist eigentlich für mich eigentlich so dass ich weiß dass es gut ankommt weil es halt eine tortur hinter sich hat deswegen ist mir das eigentlich egal dass da hier halt so ein paar knicke drin sind im endeffekt wie gesagt zählt nur das bild was drin ist an der seite seht ihr hier zum beispiel leben sie die unterschiede das sind die vorteile von west of asia faltenfreie und kratzfeste leinwand kann ich bestätigen die steinchen fallen dank des bezahlen klebers nie ab das stimmt auch ich muss allerdings noch dazu sagen ich mache das glaube ich so als gewohnheit ich fixiere das ganze dann noch mal mit dem fixierer aber wie gesagt die kleben wirklich sehr sehr gut reflektierende steine wie sie noch nie gesehen haben die reflektieren wirklich richtig super mit sorgfalt und liebe verpackt und verschickt das stimmt und kundenservice der immer für sie da ist das stimmt auch so hier könnt ihr sie außerdem noch finden einmal auf facebook und einmal auf instagram schaut da gerne mal vorbei da seht ihr immer die neuesten bilder auch die sie im sortiment haben und jetzt denke ich mal nach viel gerede kommen wir dann ans eingemachte im wahrsten sinne des wortes und wir gucken mal in den karton rein ich mache diese seite auf und dann ziehen wir mal das ganze raus hier ist einmal das bild das breite ich schon mal aus hier sind die steinchen da gehen wir gleich näher drauf ein so das ist einmal das bild ja ihr seht richtig dieses mal da ist es eine nicht durchsichtige folie denn ich gehe davon aus ich glaube das ist genau das ist doppelseitige klebefolie die hier drauf ist also nicht gegossener kleber ich bin normalerweise fan von gegossenem kleber aber doppelseitige klebefolie geht auch man muss halt nur auf eins achten und zwar dürfte diese bilder bitte nicht andersrum wickeln also sprich so umwickeln weil dann kann es passieren dass eine doppelseitige klebefolie sich vom bild löst und ihr könnt dieses bild dann leider nicht mehr painten mich stört es nicht großartig wie gesagt gold gossener kleber hat hat den vorteil die bilder sind an sich ein bisschen robuster also man kann die dämmen die vielleicht mal drinnen sein sollten rausarbeiten bei dieser leinwand muss es normalerweise nicht ihr seht es jetzt schon sie legt sich schön glatt sie ist auch nicht allzu fest kann man jetzt natürlich nicht so gut im video sehen aber wenn man es anfasst merkt man das es ist nicht eine ganz feste und sie legt sich wirklich von alleine also ich habe sie jetzt nicht großartig irgendwas gemacht und sie ist schon glatt also das ist wirklich der vorteil bei den bildern von müst auf asia bevor wir jetzt hier aber weiter auf das bild eingehen und zeige ich euch als allererstes das standard toolkit und zwar habt ihr bei müst auf asia einmal dieses weiße schiffchen ich mag diese schiffchen weil sie halt den schnabel vorne dran haben ein großes wachsblättchen einen standart stift hier mit einem dreieraufsatz mit dabei der stift der glitzert leicht könnt ihr glaube ich ein bisschen sehen außerdem mit dabei ist bei den eckigen steinchen ich weiß es nicht ob bei den hunden da auch welche bei sind also bei den eckigen steinchen ist es normalerweise immer vorhandig dass da die pinzette dabei ist bei den runden nicht unbedingt ich weiß es nicht wie das bei müst auf asia wie es bei müst auf asia ist weil ich meistens gerne eckige steinchen painter also zwischendurch als snack bild nämlich auch hunde steinchen aber normalerweise liebe ich die eckigen steinchen weil sie doch ein bisschen dichter gelegt sind als wie die runden also die habt nicht so große abstände und da ist die jeweilige pinzette aus metall mit dabei so sieht das standard kit aus jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter auf das bild an wie gesagt dieses bild hat jetzt eine doppelseitige klebefolie was kein mankel ist um gottes willen klar hat entwickelt man irgendwann so eine eigenschaft oder haben so eine leidenschaft was man für welchen kleber man besser findet beide kleber vor nachteile also da gibt es für mich keine großen unterschiede wie gesagt der einzige unterschied ist wirklich wenn ihr eine leinwand mit doppelseitige klebefolie habt wickelt es bitte nicht auf längs denn es kann wirklich passieren muss nicht aber kann passieren dass sich die folie dann auch von der leinwand löst so passiert euch definitiv nichts wichtig ist dass so eine leinwand keine knicke richtig drin hat also das hier ist nichts das ist nicht schlimm ist das ist normal aber wenn sie wirklich mal richtig massiv geknickt ist müsst ihr halt bevor ihr so eine leinwand auseinander macht eventuell sie vorher kletten hier ist die aber in tippitoppi zustand ich kann da nichts bemängeln die ist richtig gut ja und jetzt zeige ich euch mal oder ich versuche euch jetzt mal das motiv zu zeigen der nachteil ist natürlich wenn man eine und durchschaubare folie hat das motiv zu zeigen aber ich werde gleich meine ecke etwas hoch machen und dann zeige ich euch das auch noch genauer an der leinwand haben wir beidseitig die legende einmal hier oben und einmal hier unten was ich richtig gut finde dass sie versetzt ist weil ich arbeite immer sehr gerne mit waschi tape hier am rand habt ihr immer guck mal gerade das sieht man hier so ein bisschen hier sieht man es deutlicher als bei einem gegossenen kleber hat man immer so ein überrand sage ich immer dazu der kleber geht ein bisschen weiter wie das bild ist und hier arbeite ich gerne mit tape um halt wenn man damit arbeitet nicht nachher so eine kleine schmuddelkante zu haben es kann macht aber jeder wie er es gerne möchte also wie gesagt also ich arbeite sehr gerne mit tape und dann habt ihr den vorteil wenn ihr auf verschiedenen höhen die legende habt dass ihr wenn ihr hier schon getapet hat dass sie hier aber noch eine legende habt ihr gut einsehen könnt und die oberste legende ist meistens so angelegt dass wenn ich hier tape man trotzdem das symbol und die jeweilige nummer super erkennen kann was in dem unteren bereich wenn hier natürlich tape drüber ist kann es passieren dass ein halbenteil der nummer fehlt aber wie gesagt wir haben zwei legenden und das finde ich immer richtig richtig super ich habe noch gar nicht gesagt wie groß das bild das bild hat ein maß von 40 x 50 das motiv wie gesagt werde ich euch gleich zeigen damit ihr ungefähr wisst worum es eigentlich geht weil ich möchte halt nicht die komplette folie abziehen machen einige die nehmen dann eine andere folie und kleben so drüber aber ich wollte das noch nicht anfangen das bild beziehungsweise ab morgen in ruhe anfangen und ich möchte da nicht die ganze folie abziehen ich teile sie mir auf in so quadraten und mache mir dann jeweils so ein fenster welches ist denn fertigpainter stück für stück ich finde es lustig wenn die folie halt so ist warum weil das sind auch für mich so ein kleiner aha effekt ist ansonsten sieht man ja schon was auf komplette bild hier hat man so einen kleinen überraschungseffekt hat auch was finde ich nicht schlecht ja und wie gesagt ich werde euch gleich noch eine kleine ecke zeigen wird euch auf jeden fall gleich noch die leinwand direkt zeigen beziehungsweise halt so ein bisschen hochklappen und dann zeige ich euch die einzelheiten von dem bild so ich bin jetzt mal überlegen ob wir jetzt erst die leinwand weitermachen oder ob ich euch die steinchen zeige wobei hier kann ich euch mal eigentlich schon das motiv ein bisschen besser sagen ihr habt bei myst of asia immer dabei also bis jetzt hatte ich es immer dabei eine separate legende noch was ich sehr gut finde hier hefte ich mir nämlich dann weg bzw pack sie zu meinen steinchen und habe immer alles so ein bisschen sortiert und ich weiß automatisch auch welche steinchen zu welchem bild gehören ich habe ja immer gesagt ich würde nicht mehrere bilder anfangen gleichzeitig ja ehrlich gesagt habe ich nicht lange durchgehalten ich habe mehrere bilder in der mache das ergibt sich dann irgendwann es juckt denn so in den fingern und dann kann man es nicht lassen und deswegen freue ich mich immer wenn ich so separate legenden habe die packe ich mir dann in die jeweilige sammeldosen einrichtung und dann weiß ich immer welche steinchen zu welchem bild es ist das bild hat also wie gesagt das bild ist 40 x 50 hat insgesamt 32 farben hier könnt ihr schon ungefähr sehen was für farben das sind und hier beleuchtung ist da wo man es auch braucht ich hoffe ihr seht es hier seht ihr mein bild ja man sieht richtig es ist eine mehrjungfrau allerdings ein bisschen moderner gehaltene mehrjungfrau also sie hat auch ein tattoo ja ich mag sowas ich finde sowas einfach nur schön und ich habe dieses bild gesehen gedacht oh das möchtest du mal ausprobieren das gefällt mir so sieht das aus bin schon mega gespannt wie es sich entwickelt und wie es dann natürlich im fertigen zustand aussieht aber wie gesagt so das ist das motiv ich zeige euch natürlich auch wie sich das bild entwickelt und ich werde euch auch zeigen wie es aussieht wenn das bild fertig ist dieses bild ist jetzt auch ja für meine galerie sage ich jetzt mal ich habe ja auch ein paar bilder für unsere kids aber dieses bild habe ich jetzt auch für mich mit ausgesucht ich mache das auch dann so dass ich das immer mal wieder ich habe oder ich werde mir so einen bilderrahmen hohen wo ich dann ab und zu mal die motive ändern hat ja auch was weil klar irgendwann hat ein haus auch nur begrenzte wände wo man was hinhängen kann und dann werde ich das einfach ab und zu mal in den bilderrahmen tauschen und man hat dann immer wieder neuen hingucker ich zeige euch jetzt erstmal die leinwand ich nehme euch dafür mal an die hand das ist glaube ich am besten weil wie gesagt dadurch dass es doppelseitige klebefolie ist und ihr so ja nicht seht mache ich es gleich ein stück hin auf so ihr seid jetzt an der hand wie gesagt hier ist einmal eine legende mit dem vorschaubild und hier oben haben wir es auch und wie gesagt die separate legende was ich immer richtig praktisch finde und jetzt nehme ich jetzt mal eine ecke mache ich das mal vorsichtig auf ich hoffe das geht jetzt mit einer hand ich lege euch mal eben ganz ganz kurz zur seite einen moment so ich habe das jetzt mit der doppelseitigen klebefolie lieber mit zwei händen gemacht um halt zu verhindern dass ich da irgendwo luftblasen will wie gesagt ihr müsst bei der körperseitige klebefolie ein bisschen achtsamer arbeiten beziehungsweise achtsamer die folie abziehen am besten das mache ich immer meistens sehr gerne dass ich halt mit so einem spachtel das einmal rüber spachtel um halt wirklich aufkommende blasen schon wegzuarbeiten wo sich die folie eventuell lösen könnte so hier seht ihr das ist der bereich den ich jetzt abgezogen habe wie gesagt den anderen den lasse ich jetzt erstmal ich zeige euch das dann lieber stück für stück hier seht ihr jetzt muss ich mal gucken dass meine kamera wie sie will vielleicht sollte man ein bisschen ranzoomen und nicht die panoramaeinstellung drin lassen so hier seht ihr die symbole und die sieht man wieder richtig hervorragend auch in den dunkeln farben kann man das sehr sehr gut sehen sieht doch gut aus hier unten ist die flosse von der mehrjungfrau moment ich scroll euch mal ein bisschen raus da die flosse hier sind schon so einzelne buchrein und sowas zu erkennen ihr seht jetzt natürlich nicht die farbe wie sich das bild entwickelt das ist jetzt nur der vordruck bei myst of asia ist das besonders sehr massiv dass man erst wirklich sieht wie das bild fertig aussieht wenn ihr steinchen legt also ihr habt wirklich jetzt keine richtigen vergleich wie das bild in nature aussieht außer natürlich das vorschaubild anhand der leinwand zu sagen so und so fällt es aus es ist immer so ein kleiner überraschungseffekt aber ein positiver überraschungseffekt was mich immer freut und was mir auch mega schwarz macht weil man hat hier wirklich einen großen kontrast und es ist ein wow effekt wenn man dann wirklich anfängt so kleinere felder zu penden und erst dann wirklich sehen kann wow was für farben das macht immer sehr viel spaß ich finde es immer schön wenn man so einen kleinen aha effekt hat und nicht immer gleich im vorderen schon weiß ach ja so sieht das bild dann aus es ist ungefähr vergleichbar wie bei malen nach zahlen da habt ihr ja auch nur eine weiße leinwand und stück für stück entwickelt sich das bild anhand dem dass ihr die felder ausmalt und ungefähr das gleiche habt ihr halt bei myst of asia das ist wie gesagt die klebefläche ich habe jetzt ein teil noch zugedeckt gelassen aber so sieht das aus und ich zeige euch mal die klebekraft die ist wow ne ich komme gar nicht mehr ab also ihr seht sie haftet wirklich richtig gut das ist das erste bild was ich jetzt habe mit doppelseitiger klebefolie ansonsten hatte ich bis jetzt nur gegossen klebe aber diese folie die klebt und haftet richtig richtig gut und ich werde euch auf jeden fall berichten wie sich das auch macht wenn die steinchen drauf ist drauf sind weil es ist für mich jetzt auch mal so ne was neueres sage ich jetzt mal ist jetzt nicht so dass ich noch nie mit doppelseitiger klebefolie gearbeitet habe aber es gibt immer trotzdem noch unterschiede von hersteller zu hersteller was für eine klebefolie sie nutzen also man kann nicht alles miteinander vergleichen aber so sieht das aus und ich bin wirklich gespannt weil jetzt hier alles nur in blautönen gehalten ist und wenn man sich das vorschaubild anguckt moment da seht ihr es sind nicht nur blautöne da unten sondern so ein richtiges ja ich würde jetzt sagen korallenriff oder so kann man natürlich auf dem kleinen bild jetzt nicht so sehen aber doch korallen seht ihr das so ein bisschen korallen mit fischen und 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 da bin ich schon gespannt also da bin ich wirklich wirklich gespannt ich werde euch auch wieder mitnehmen wenn ich das bild anfange ich freue mich schon ich freue mich mega wie gesagt insgesamt hat das bild 32 farben und ich freue mich wirklich und bin schon richtig gespannt wie sich dieses bild machen wird so jetzt kommen wir zu den steinchen es sind acryl steinchen ich muss immer dazu sagen dass auch wenn es acryl steinchen ist die super kleben und super verarbeitet sind es gibt einige die lieben mehr harz steinchen wobei mir das egal ist ob harz oder acryl weil solange die steinchen super verarbeitet sind es gibt auch nachteile bei harz steinchen also es ist keine sorte von steinchen ohne makel sage ich jetzt mal und ich komme mit beiden super klar und deswegen pente ich auch gerne acryl steinchen so ich zeig euch jetzt mal die steinchen bei mist of asia ist es so dass ihr die farben getrennt hat also ihr habt nicht einen riesen langen schlauch mit allen farben dran sondern es sind einzelne abschnitte was ich sehr praktisch finde ja weil ihr die besser aufteilen könnt beziehungsweise auch besser lagern könnt finde ich persönlich bei anderen habt ihr da teilweise wirklich so riesen lange schlange mit steinchen drin und hier sind das jeweils so abgepackte tütchen ich weiß jetzt gar nicht wie viel in einer tütchen drin in einem tütchen drin sind aber ihr seht na das ist zum beispiel jetzt eine farbe das ist so ein bordeaux rot und das sind jeweils schon in strengen es ist auch finde ich sehr angenehm beim abzählen bei dem kontrollieren ob alle steinchen vorhanden sind beziehungsweise ob die menge stimmt hier steht jeweils die menge drauf wie viel dabei sein müssten ich kann es jetzt mal probehalber einfach mal gucken das müsste was haben wir da genau das ist diese farbe mit dem hashtag davon sollen elf tütchen sein eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf es sind genau elf stück und wie gesagt der vorteil ist einfach dass ihr das an einem strang habt da muss man nicht suchen es gibt nämlich auch fälle habe ich jetzt schon gesehen wo die farben dann vor randen sind aber halt nicht hintereinander sondern in so komischen verpackten abschnitten das heißt geht das so und könnte es besser überblicken beim müßdorf asia ist das auch so ihr habt normalerweise immer mehr als genug steinchen dabei also dann muss schon der deibel zugehen dass das nicht der fall ist ich habe teilweise sehr sehr viele steinchen übrig was ich sehr gut finde weil auch ich mit adhs nicht unbedingt die geschickteste bin und verstreue dann die steinchen auch mal gern durch die gegend einmal ist mir eine ganze dose hops fast gegangen es hat aber trotzdem gereicht aufgrund der weil sie wirklich dafür sorgen dass ihr genügend steinchen habt sollte es nicht der fall sein dass es wirklich mal unglücklicherweise daneben gegangen ist könnt ihr aber bei müßdorf asia anschreiben und die schicken euch die fehlenden steinchen nach wie gesagt ich habe es jetzt immer glück gehabt dass ich mehr steinchen hatte als wie gebraucht ich lage sie auch teilweise wo ich weiß dass diese farben wieder vorkommen das kann man auch machen da muss man natürlich aber den platz zu haben aber wie gesagt normalerweise kommt man bei den steinchen nicht zu kurz und sollte das wirklich mal der fall sein einfach mit müßdorf asia kontakt aufnehmen und normalerweise schicken sie euch die fehlenden steinchen dann zu so wir gucken uns jetzt mal die steinchen ein bisschen genauer an das hier zum beispiel so dunkel grau und die sehen sehr sehr gut aus hier sind sogar einige sehr sehr glatt bei manchen hat man dann halt so ein gussloch was ich aber nicht schlimm finde aber bei den grauen sehr sehr wenig also die sind sehr sehr glatt hinten das gefällt mir das finde ich richtig schön hier hat man so vereinzelte so kleine löchel ist drin aber die stören bei dem kleben nicht weil ihr habt trotzdem sehr viel klebefläche aber die sehen richtig gut aus das ist einmal so ein dunkel grau ich zeige euch jetzt nicht alle weil das würde das video sprengen hier haben wir zum beispiel jetzt so ein schönes lila und auch hier sind die rückseiten richtig richtig schön glatt war aber wirklich glatt seht ihr das kaum welche die so ein bisschen so ein kleines gussloch haben die meisten sind von der fläche einfach nur super das gefällt mir die farbe allgemein gefällt mir ich bin so ein blau lila ton typ hier haben wir noch so ein flieder und hier das gleiche also sie sind wirklich schön glatt gegossen das freut mich das sieht richtig gut aus aber richtig gut das gefällt mir wirklich kann ich nicht meutern hier so ein flieder grau ton die sind auch richtig gut aus das gefällt mir ich freue mich schon ich bin schon richtig gespannt ist hier auch keine nasen die fliege die ärgert mich gerade so ein bisschen ich bin schon richtig gespannt wenn ich morgen das bild anfange so ein schöner blau ton das sieht doch gut aus das gefällt mir und ihr seht es ist halt typisch mehr alles so in blau grau tönen bis hin zu bradeau farben oder halt rosa farbenen facetten alles mit dabei ich freue mich schon ich freue mich es ist auch manchmal so mit wehmut wenn man bei einem bild dann die letzten steinchen setzt dann kommt dann doch so ein bisschen so vorbei einerseits freut man sich und andererseits ist man so ein bisschen wehmütig wenn man ein bild fertiggestellt hat umso mehr freut man sich natürlich wenn ein neues bild kommt oder wenn man ein neues bild anfängt dann entsteht natürlich diese ich glaube die meisten von euch wissen was ich meine hier sind dann auch noch ein paar blau töne es ist wie gesagt sehr mit blau tönen aber auch rosa und war hier im das ist eine tüte da ich bin schon gespannt ihr habt ihr doch die anderen lila tönte rosa töne hellblau alles mit dabei ich bin schon wirklich mehr gespannt wie sich das ganze macht und wie es im fertigen zustand aussieht weil wie gesagt so ein vorschaubild zeigt zwar so ungefähr wie es aussieht aber es wird erst richtig gesehen wenn das bild fertig ist und die ganzen steinchen drauf sind ich freue mich und ich freue mich dass ich euch dieses bild zeigen kann ich wollte gerne dieses motiv haben wir haben eine riesengroße auswahl an motiven schaut da mal gern vorbei gar nicht so leicht sich zu entscheiden aber das hat mich angelacht und das wollte ich gerne als erstes mit painten ich werde euch auch noch mal alle bilder zeigen die ich jetzt vermisst auf asia gepäntet habe und euch auch noch was dazu erzählen aber da bin ich schon gespannt es juckt in den weg noch nicht weiß aber ich muss mich gedulden weil ich will das erstmal in ruhe alles vorbereiten alles einsortieren die steinchen vergleichen dass alle da sind da gehört so ein bisschen vorbereitung dazu also ich bin nicht so eine die dann holter die potter sagt ach komm einmal zwischen türen angefangen wir mal irgendwie an sondern ich bereite das gerne vor und ich freue mich einfach so dann packen wir das mal zusammen einmal umdrehen steinchen hier wieder rein ich sag ja ich und einpacken ihr wisst das ihr kennt mein standard spruch die hersteller machen das immer so schön und dann komm ich dann kommt die wiebke und kriegt das dann weniger schön ordentlich wieder eingepackt irgendwann muss ich mal in die lehre gehen und mir das mal zeigen lassen wie die das einpacken ich verschätze mich manchmal wie jetzt auch glaube ich oder war wieder zu lasch ich war wieder zu lasch eigentlich hatte ich ja bei augenmaß ich bin eigentlicher mürbelfachverkäuferin aber ich bin eingerostet ich versuche es nochmal soll ja vernünftig rein passen und nicht irgendwie gequetscht sein aber ich und das was ich immer toll finde an dem karton ich könnte das sehen ein bisschen schräg hier ist so ein buddha gesicht finde ich richtig schön ich mag den karton wie gesagt ich lage auch da drinnen gerne die bilder wenn ich noch welche ja noch nicht fertiggestellt habe oder halt erstmal als vorrat noch lage weil ich habe einige jetzt moment wie habe ich jetzt mal mache eins zwei drei also damit das dritte dann geht eigentlich noch schlimmer sein können aber wie gesagt ich ja es hat so sucht potenzial und es macht einfach wirklich nur spaß wieder fertig zu paint die sind auch nicht alle nur für mich ich habe auch für die kids welche und 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 aber es macht einfach nur spaß ich habe es auch vermisst die größeren bilder zu painten klar macht man gerne so kleine bilder aber ich liebe halt diese bilder lange rede kurzer sinn ich schweife schon wieder ab schaut aber wie gesagt gerne mal ihr müsst auf asia vorbei die haben eine riesengroße auswahl an verschiedenen bildern sie bekommen auch immer wieder neue motive rein und wie versprochen habe ich natürlich noch einen rabattcode für euch und zwar mit dream 15 bekommt ihr 15 prozent auf eure bestellungen sie haben nicht nur bilder sondern auch einiges an zubehör wie gesagt schaut gerne vorbei dream 15 bekommt ihr 15 prozent auf zubehör und auf bildern sie haben nicht nur bilder sondern sie haben auch so aufsteller sie haben lampen also es gibt so viele sachen mit diming painting vorbeischauen lohnt sich auf jeden fall die bilder kriegt ihr in verschiedenen größen also es gibt die in ganz groß in mittel in klein also wirklich eine große auswahl auch für anfänger ist da einiges bei besonders bei den größen wenn sich da jemand noch nicht so rantrat und größere bilder es lohnt sich das kann ich wirklich sagen da ist für jedermann was dabei ihr kriegt eckige steinchen ihr bekommt aber auch runde steinchen das was super für einsteiger ist und es ist eine riesen menge an motiven selbst ich bin immer noch erstaunt was es so alles gibt und ja merke es dann halt wenn ich mich denn entscheiden muss welches bild nimmst du denn diesmal das ist gar nicht so einfach ich bin auch bald überlegen es ist ja ja so hört sich jetzt blöd an bald weihnachten dauert noch ein bisschen ich weiß aber man muss ja schon ein bisschen im voraus planen weil die lieferzeit müsst ihr so ungefähr rechnen zwei bis drei wochen eventuell mal vier wochen ich habe jetzt bei diesem bild muss ich überlegen glaube zwei wochen gewartet also das war sehr schnell da aber ihr müsst so ungefähr so zwei drei manchmal auch vier wochen warten aber das liegt wirklich daran die werden direkt von dem hersteller also der die bilder herstellt hier rüber geschifft dadurch die etwas längere lieferzeit ich freue mich schon mega dieses bild anzufangen ich freue mich schon mega euch mitzunehmen ich bin schon mega gespannt wie sich das bild entwickelt und ich werde euch bald die anderen bilder zeigen die schon alle von myst of asia gepaintet habe schaut wie gesagt sehr sehr gerne vorbei und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss eure viebke